Ja, dann darf ich Sie herzlich willkommen heißen zur Medienkonferenz nach dem Spiel FC St. Gallen gegen die FC Thun. Ich begrüsse heute wieder Zuschauer, die live zugeschaltet sind im Stadion. Von der Gäste ganz herzlich, der Cheftrainer Ciriaco Zforza. Und von uns zum ersten Mal wieder Heimpremiere, der Joe Zinbauer. Und dann darf ich gerade dem Gästetrainer das Wort geben. Ja, danke schön. Ich glaube, das Spiel war sicher auf beiden Seiten offen. Und ich glaube, zuletzt eine unglückliche Niederlage. Wir müssen akzeptieren, ja, und weiter geht's. Und wir müssen nach vorne schauen. Ich glaube, es bringt jetzt auch nicht viel zu reden. Weil die Enttäuschung ist jetzt momentan da. Aber morgen muss es weitergehen. Dankeschön. Vielen Dank, Ciriaco Zforza. Joe, dann bitte noch kurz deine Eindrücke vom Spiel. Ja, erstmal Glückwunsch an die Mannschaft. Ich denke, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben in der ersten Halbzeit, finde ich, sehr verhalten gespielt. In der zweiten Halbzeit wurde es dann immer von Minute zu Minute besser. Allerdings haben wir auch Glück gehabt, dass wir den Elfmeter halten. Und das hat Lopper richtig gut gemacht. Aber auch die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit, finde ich, sehr erfrischend nach vorne gespielt. Und hat da eben auch sich mutiger verhalten. Haben auch ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt. Haben auch ein paar Automatismen erkennen können. Aber letztendlich, sage ich nochmal, haben wir uns den Sieger erarbeitet. Ob er jetzt dann verdient war, kann man sich darüber streiten. Ich denke, aufgrund des Elfmeters, wenn wir den reinkriegen, wird es schwer. Noch schwer überhaupt dran zu kommen. Aber aufgrund des Gehalten des Elfmeters haben wir eben auch dann durch den Standard endlich mal, durch den Standard auch dann drei Punkte behalten. Danke. Vielen Dank, Joe Zinbauer. Gibt es Fragen? Offensichtlich nicht. Dann Dankeschön und den Gästen eine gute Heimreise. Dankeschön.